Also der Köln-Post ist brutal. Sehr, sehr, sehr geil. Ey, wisst ihr, was ich mich bei solchen Sachen immer frage? Wie cool muss der Admin sein von dem Kanal? Wie cool muss der sein? Ein guter Admin. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein guter Typ. Das ist ein geiler Typ. Oder Dame. Oder natürlich eine geile Dame. So ein Hammerpost. Plus eins. Chef ist Nachbar. Wo wohnst du, Bruder, dass der Chef dein Nachbar ist? Hä? Digga, ich unterschätze das immer, dass Rewi so viel Geld hat, Digga. Wenn du neben dem Chef vom FC Köln lebst, dann weißt du, dass du reich bist. Körnerstraße 65. Ah, er passt. Mein Handy ist um 8. Digga, man, Rewi. Hab 23 Meter. Also. Also.